so der weg ist fertig glaube ich nur noch ein bisschen die feinheiten hier so na fick dich krass keine kraftausdrücke ich habe mich einfach mal auf den kopf weil ich so richtig faul ach ja geloff als randinformation ihr kommt auf unsere ip von diesem server nicht drauf auch wenn es versucht A ist das Server immer dauernd wenn wir nicht spielen also als Randeinfo wenn wir nicht spielen und wenn wir spielen haben wir eine Whitelist drin und haben Plugin drin das verbietet das oder es nimmt nur eine IP an sagen wir so also das heißt wenn ich jetzt mit meinem mit meiner IP drauf geht dann kann auch nur meine IP drauf gehen wenn sie falsch ist muss man Passwort eingeben welches ich festgelegt habe und welches auch alle wissen und ja nur als Randeinfo falls ihr es falls ihr es versuchen soll doch sie in der IP eben zu kommen und ja es ist ein Nitratos Server könnte man schon was sagen das ist ein Nitratos Server um ein Gigabyte an im Moment es reicht eigentlich und ich habe keiner Bedenken dass wir mehr brauchen so sieht er nicht auch okay aus und jetzt weiß ich noch nicht das hier am Hauseingang sieht noch ein bisschen schäbisch aus und das hier glaube ich mache ich auch anders ich kann hier noch ein bisschen so rausziehen vielleicht noch hier so lässt sich das anbieten glaube ich und dann vielleicht hier noch ein bisschen ja ich glaube ich schon die Fahrstudio zu viel oder? hmmm schwer zu sagen oder was haltst du davon? ich glaube ich zu viel gell? oder? geht eigentlich noch gell? Scheiße, okay noch ein bisschen sowas und sowas und sowas sieht gleich aus das leckt wieder naa geh weg danke soll man hier noch nachzweifeln machen hier dann durch? so wie bei ich habe kein Gravel mehr ich habe kein Gravel mehr ich habe kein Gravel mehr ich habe nur noch drei Gravel ich würde gerne aber sorry ich habe kein Gravel mehr ich habe ihn verbollert auf dem Weg ach du kacke ey wie viel holz wir haben ja ich komm wurscht genug ist schon wieder geflogen du Arsch ja okay warte ich baue es ab Alter doch hier ist echt viel einmal dass man sich über Gravel freut dann habe ich mich immer noch über Gravel aufgeregt jaaa es hat aber auch eine bessere Textur die alte Textur die konnte ja bäh auch wenn es in einem Texture Pack nochmal anders aussieht aber im Standard Texture Pack meinst du soll ich kurz zeigen? nein egal wenn ihr es nicht kennt dann schaut einfach ohhhh hier ist noch mehr alter komm hierher komm hierher ja hoch links hoch alter ich noch viel mehr aber ich habe Bedenken dass meine Schaufel dabei kaputt geht oder meine auch egal du ich glaube wir haben genug alle Löcher ich habe schon wieder ein Steak ne ich habe zwei ne ich habe ein Steak wie viel hast du? ähm zwei Steaks was du Arsch Spaß ich habe zwei Steaks in 13 oder 12 ich habe aufgerundet ja ich habe aufgerundet weil ich jetzt halt hier grundstöme auf oder wie? ja weil jetzt habe ich gleich jetzt habe ich schon ein paar scheiße hier ist nix hier ist nix hier ist nix hier ist nix und er läuft immer noch rum weißt tut mir leid aber was auch wieder muss hier gibt es was oh noch mehr noch mehr ich sehe wow halt stopp so mal langsam nach unten bauen nein nein ah fuß sorry ich habe dich nicht gesehen fast ich wo ist mein death point? oh das ist ja gar nicht soweit ah shit einfach mal runter geflogen scheiße maaa und ich stürze einfach runter scheiße sorry so hier fast kein problem ich bin mir selber schuld ich lasse mich einfach mit dem Wasserstrom runterfliehen wow eigentlich schon wieder wow es laggt oh ich auch und wie es laggt einfach falsch zieh an zieh an so hab ich alles? das ist da das ist da das ist da Alter meine FPS gehen grad runter wow jetzt nein immer noch nicht jetzt geht's wieder man weiß ich wollte doch nur KW ah hier unten ist aber auch noch ich nehme das hier unten kümmere schon dich um das da oben warum besträft mich der liebe Gott so warum ich halt dann wir brauchen nie wieder KW glaube ich ja okay das habe ich mir beim Holz vorhin auch gedacht okay bei dem ist auch so ja ich hab's gemerkt wir müssen extra Kiste für für Holz anlegen du Arsch hey hier ist die Stelle wo so manche schon gestorben ist war creeper und ein riesen slime iiii ja egal gibt's ein bisschen slime balls oh ein slime ball habe ich schon ne na oh die scheißdinger ich hasse die Viecher welche oh fuck oh ich brenne die slimes oh fuck hier nicht drüber springen sonst wird es tödlich enden oh wenn ich jetzt verreckt wäre na Strandhaus also ich hab jetzt zwei Stacks in 42 alter ich hab auch ich hab genau zwei Stacks bis auf einen denn einen geschenke ich mir ich komme zu dir hoch wenn ich hier nix mehr finde ich gebe das Wort ich glaube ich will nämlich mach deinen scheiß Caps aus ey ich bin müde mal ja ich merk's hm hast du mir schon wieder die Kartoffeln aus dem Ofen geklaut oder was nein ich hab ja mein ich hab's doch gesehen vorhin Level 3 Level nein Scheiß kein Platz mehr oh man kiste voll du 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 ja so geht's mir grad auch boah äh ne inventar voll mal wieder ja 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 ne 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 h groomer ne machen wir oben alles holz rein nach oben alles holz rein achte kacke ich habe keinen platz weiter holz ich kümmere mich um das wasser drauf es ist noch nie genug nur dass er zählte sich nicht sondern der feldrund wochen schießt eichenholz erneut warte fahrt was er schon für ein tropenholz abgebaut ist das sah komplett anders aus wie das normale truppen holz okay verwirrung verwirrung okay sand wegbank satieren sammeln kommen nicht hier rein das ist eigentlich auch nicht sachen kommen hier oben fäden m ofen kartoffeln nichts mehr so dann habe ich hier noch was für die restvollkiste und der rest für diese hier nein das behalte ich das kaktus man muss die kaktus hier rein dann haben wir aber die kürbis auch nicht hier rein fahrheit fahrheit und die eigentlich auch nicht die kümmer vielleicht in die doch hier weil wir sind so wirklich gut auftauchen day only need the light when it's burning schon noch zufällig spinneweben zufällig ich frage schon wieder das ist fahrt das ist fahrt das ist fahrt das ist eigentlich auch fahrt das ist auch so holz zeugs fahren 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 weiter länger äh n äh n länger das ist länger acht parts sind zwei stunden wir sind ja schon länger wir sind jetzt schon bei drei stunden halt so lasst mich kurz kalkulierten jetzt haben wir ungefähr ich kann nicht rechnen n 16 Prozent n n ja genau eine Stunde zwei Stunden für die Zermer circa drei Stunden als zwölf Parts das ist schäflich um Dario ist er hat man lieber zu viel als zu wenig und so das ist ein zweiter Prozent es soll es recht länger die Schuhe das wird hier und hier auch vor allem hier das ist eine kleine Plattform wo wir sind du war ja mal her und geizt an und er hat es auch noch mal nach oben die rote erweilig zu sein dpb Prozent Ruhl der für die Geräte oder zu finden der Klinik warte bei mir lässt sich die Map auf wo er gestürzt wird in große Berge muss ich doch dass sie immer unter berg ist normal ich hab das ok ich bleib daheim weil ich muss man hier ist noch hier ist eine mine er hat dann erforscht so einfach mal alles rausschmeißen und statt ich sein vorhin so jetzt einfach mal aufheben fluchten um ein werkzeuge hierbei um machen und dann gehen wir wieder klar und das hier klauen und das hier klauen das hier klauen das ist gut ob dran ist er müsste viel leicht penne gehen nur vielleicht ja genau deswegen ich will genau mein ort und das holz alter nicht nur als halb das habe ich hier noch werden solche noch auf dem ersten auf werden meine rechte regale manche so ja ich gehe auch mal bis auf zum bejagd wahrscheinlich lustig auch wenn mein schwert auf